Linus Linus heißt Linus und ist immer im Minus. Man fragt sich wie seo, weil er immer so auf Risiko macht. Neh mal echt wie kann man in jedem Spiel so kacke sein. Da frage ich mich wieso und da labert er so. Er kann gut aimen und ich denke mir der will nur schleimen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.